Leute, Vital All-in-One, das Zeug ist sogar in meine Lieferung gekommen, ist gekommen. Ja, das ist teuer, aber es ist so heftig genial. Es sind einfach so viele Vitamine da drin, es ist Karium drin, alles mögliche. Ich mache euch gleich nochmal ein Foto von der Wertetabelle. Das Zeug ist einfach heftig. Ein Kumpel von mir hat Schmerzen gehabt im Knie. Das war auf jeden Fall eine, na sag schon. Kumpelling. Nein. Das waren Schmerzen, die wurden ausgelöst, nicht muskulär, sondern durch Nerven. Und der hat das Zeug genommen und die Schmerzen sind echt weggegangen. Ich nehme das auch schon länger. Es ist so geil, du fühlst dich einfach so viel fitter und gesünder. Videobeschreibung, da findet ihr den Link dazu. Ich mache euch jetzt nochmal ein Foto zu der Nervertabelle und was da alles drin ist. Aber es ist heftig, 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 heftig geiles Zeug. Und das ist heftig, 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 heftig. Vielen Dank.